Moin Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Ghost Week in Breakpoint, ja, wieder mit dabei der Marco. Hallo. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier runter. Oh, oh, da sind Gegner. Geht du am besten vor? Jetzt nicht mehr. Ja, Jan fragt, was es mit dem Kondom an Aufsicht hat. Der Typ hat einen Jugendlichen beschimpft, dass er dazu nicht in der Lage ist, irgendwas richtig zu machen. Und, ähm, dass seine Mutter froh hätte sein sollen, wenn's Kondom nicht geplatzt wäre. Also ist das der Kondom-Mann. Ja, Jugendlicher würde ich jetzt nicht mehr sagen, aber, äh, sehr, sehr. Ja, junger Erwachsener. Ja. Sehr, sehr unfreundlich der Typ. Hm. So, äh, ich hab den da mal abgesetzt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Schauen wir mal. Hoffentlich schlecht ist für ihn. Einigen wir uns. Ich kenne Geheimnisse. Viele Geheimnisse. Was ich dir alles über J.S. Kell erzählen könnte. Gib mir Zugang zum Drohnensteuerprogramm. Wärst du an Schmutz über Walker interessiert? Du schaltest jetzt das Programm frei. Okay, schon gut, okay. Aber ehrlich, du musst größer denken. Oh Mann. Was? Ja, das. Ach so. Ist doch gut, der leidet. Wie ist der so tot, oder was? Das ging aber schnell. Mhm. Ja, jetzt müssen wir wieder um den Typ sprechen. Wenigstens hat der eine, der die Blendgranate geworfen hat, uns nichts gemacht. Also Schnellreise. Hallo Liz. Ja, Schnellreise. Gut. Dann müssen wir jetzt, äh, hä, hier haben wir aber auch noch eine Quest irgendwo. Sie ist auf der Baustelle, ist die Quest noch. Hä, wo ist, warte mal. Aber es ist 13 Kilometer weg und das A sind 14 Kilometer. Da oben müssen wir hin. Ja, wo ist das, wo wir hin müssen? Hä, aber da waren wir doch schon mal. Egal, nochmal. Ganz oben rechts wieder. Ja, ich sehe es. Ich muss nur das richtige... Ah ja, Biwak ist genau nebendran. Ja. Schauen wir mal, ob wir das noch hinkriegen. Was denn? Hier komplett beendet ist. Ach so. Ja gut, ich meine, die Hauptstory haben wir ja fast durch, würde ich mal schätzen. So viel kann da jetzt nicht mehr kommen. Also spätestens dann in der nächsten Session mit maximal vier Stunden sollte Ende sein. Ah, ich glaube so viel jetzt auch nicht mehr. Ne, glaube ich auch nicht. Wenn nicht, würde mich das sehr verwundern. Mit der Baustelle hier, das waren keine Gegner, ne? Oder waren die Gegner? Oh. Doch, hier waren die Gegner. Ah ja, da haben wir nachgeguckt, wegen den FPS. Das weiß ich jetzt gerade nicht, ob es hier war. Ach. Hä? Ah, jetzt. So, das ist das Sturmgewehr, was ich hier habe. Toll, die Kiste ist da oben verfügt, der Axt. Ist aber sehr ruhig. Ja, hier sind es auch momentan gar keine Gegner. Ach so, nee, 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 das war hier nicht. Nicht? Oder waren hier, nee. Hier, glaube ich nicht. Mal Gegner, aber ja, ich glaube, beim letzten Mal waren das nicht. Das Steuerprogramm ist freigeschaltet. Ja, wir haben schon mit der Arbeit begonnen. Wird das Extrahieren lange dauern? Es ist ein sehr großes Programm. Aber das ist nichts im Vergleich zu der Sinfonie, mit der wir es bei Projekt Deus zu tun haben. Ach, das ist der Typ. Gottverdammt, Cole. Der Junge hatte einflussreiche Freunde. Sind wir hier, um die Welt zu verbessern? Oder um befördert zu werden? Ich dachte immer, sie hätten keine Manieren. Aber sie sind nur ein Arschloch. Sir, der Lieutenant war außer Kontrolle. Er war psychisch labil, eine Gefahr für uns und die ganze... Ersparen Sie mir den Scheiß, Nomad! Hätte Lieutenant Vaughn die Zivilisten nicht getötet, würden Sie beide in einem Loch in Leavenworth verrotten. Sie wussten schon immer, dass er völlig nutzlos war. Alle beschwerten sich über seine schlechte Arbeit, eine miese, anmaßende Art. Sie dürfen niemanden töten, weil er schlecht in seinem Job ist. Wir sind hier, weil wir eine Aufgabe haben, Sir. Würden Sie den Einsatz aufs Spiel setzen? Würden Sie unsere Leben riskieren, nur weil sein Vater Senator ist? Das geht zu weit, Walker. Was werden Sie tun, Sir? Klagen Sie mich an. Sicher, dass es das wert ist? Hier geht es um das Richtige. Das Richtige? Die Ermordung eines Offiziers der United States Armee, ist das Richtige? Es ist richtig, einen inkompetenten Spionageabwehroffizier vom Schlachtfeld zu entfernen. Für wen, verdammt? Es ist richtig, unseren Einsatz vor einem privilegierten Bengel zu beschützen, der mehr Schaden anrichtet als der Feind. Sie können nicht einfach... Wenn man einen weinerlichen Heuchler zum Boss hat, einen Mann ohne Eier, einen Mann ohne Vision. Walker, ganz ruhig. Hören Sie auf Ihren Freund, Connell. Sie sind Ghosts, aber Sie sind nicht unantastbar. Ich ertrag diese Scheiße nicht mehr. Warum arbeiten wir für diese Arschlöcher? Ihnen ist egal, wie hart wir arbeiten, die haben ja nicht mal eine Ahnung, was wir überhaupt tun. Hör zu, ich bleib, weil wir versuchen, das Richtige zu tun. Korrekt? Nicht unter diesem Kommando. Gott verdammt, der scheinheilige Wichser! Ihr seid die Pest am Arsch der Welt! Du willst das Richtige tun, aber das geht nicht. Wir nicht. Sind Sie jetzt endlich fertig? Ja. Ich denke, das bin ich. Walker hat generell kritisiert, die Zivilisten geopfert haben. Und jetzt tut er dasselbe. Sowas würde ich niemals tun. Projekt Deus soll das Ende der Menschheitsgeschichte sein, oder? Der Anfang des Transhumanismus? Ich habe den Eindruck, Skeltec will nur herausfinden, ob Sie etwas tun können, ohne sich Gedanken zu machen, warum Sie es überhaupt tun. Ich versichere Ihnen, Projekt Deus hat sehr strenge Wertmaßstäbe. Ja klar, ganz bestimmt. Wenn Sie an unseren Standards zweifeln, Cromwell, sollten Sie sich uns anschließen. Das passt alles hier drauf? Das ist ein DNA-Datenträger. Da würde die ganze Kongressbibliothek draufpassen. Viel Erfolg. Wir können uns gegenseitig helfen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Zeit haben. So. Okay, Chris ist noch in der Konversation. Hm. Nicht mehr? Doch. Oh. Jetzt nehmen wir. Nehmen wir mal kleine Unterschiede von uns. 7,7 Kilometer müssen wir wieder weg. Alter, das ist eine Hetzjagd. Hin und her reisen. Hin und her, das ist nicht schwer. Oh weh, oh weh. Wo müssen wir denn hin? Meine Eier tun weh, was? Wo müssen wir denn hin? Sie ist in ihrem Raum. Wo war das denn? Hier auch. Ach, da unten. Oh, ganz da unten. Ne, ich mach ne Schnellreise. Schau mal, wo ich bin. Siehst du mich? Da bin ich. Da auf der Karte. Da unten. Ja, da bin ich. Genau da, Marco. Nein, eben nicht. Ne, schau mal. Auf der großen Insel das fiel ich am Anfang. Oder im ersten Bereich. Ach ja. Ja. Hm? Totale Reizüberflutung. Wie? Ja, ich seh dich nicht. Bin denn, ach so, bei uns in der Höhle bin ich. Oh je. Wo ist nochmal die Höhle? Ah, hier. Jetzt endlich. Meine Fresse. Ach, und wieder zurück zur Höhle. Die Höhle kotzt mich doch ganz besonders ran. Wir müssen mit Geld sprechen. Ah, okay. Dann kann ich mir hier wenigstens wieder Spritzen kaufen. Wenigstens einen Vorteil. Kannst auch herstellen. Den Biwak. Hm. Da kaufe ich es lieber. Wo bist denn du? 100% im... Jetzt nicht mehr. Jetzt in der Höhle. Am Kartentisch. Dann warte ich mal hier hinten auf dich. Du rennst weg irgendwie. Muss ich in die andere Richtung. Hm. Bier. Bist du? 50 Meter entfernt. Ah ja, da. Bin da. Bier ist geil. Hey, Superhörn. Wir haben die KI. Oh. Danke. Wir... ...hörten, dass Sentinel recht grob mit den Leuten umgeht. Na ja. Sagen wir mal, Sentinel hat einen kleinen Rückschlag eingesteckt. Dafür geht es den anderen wieder etwas besser. Gut. Gut. Nicht mehr lange. Paula und ich sind so nah dran. Und dank dieser KI... ...werden wir es schaffen. Das war's schon. Oh. Alles klar. Ende von Akt 3 abgeschlossen. Was erwartet uns denn jetzt noch alles? Gar nichts mehr. Spiel zu Ende. Wird doch gar nicht. Neuer Einsatz. Haupteinsatz. In die Höhle des Wolfes. Nein, planen schmieden. Es sind zwei nur auf Einsätze. Ah. So. Wo müssen wir denn hin mit einem Plan schmieden? Irgendwohin, wo man Pläne schmieden kann. Ach, wir müssen mit das Geld sprechen. Was brauchen Sie denn? Schon wieder? Ja. Oh. Aber nicht am selben Ort, oder? Doch. Aber ich kaufe hier noch ein paar Spritzen. Ja, ich bin schon dran. Im Gespräch. Hm. Okay. Oh, das war kurz. So wie das eine auch. Ähm. Wie höre ich mir denn die Tonaufnahmen an? Beziehungsweise welche überhaupt? Das ist deine Aufgabe, oder? Ja. Achso, die liegt auf dem Tisch. Wird schon sagen. Dann gehen wir wieder zurück. Wo ist nochmal zurück? Ja. Alles geht in Bach, und es ist ein Sentinel jetzt. Mein Ziel ist der. Okay. Oh. Noch mal ein Video. Äh. Okay, ich schalte mich mal stumm. Ich quatsche mit dem kurz. Nee. Alles gut. Das ist keine Story hier. Wie, keine Story? Nö, ich hab nur auch gesehen mit dem geredet. Oh. 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 Zumindest hat mir das bei uns klar gemacht. Schutz vor Piraten und Maulwurfmenschen, sowas? Unsere Drohnen-Security war eingeschränkt. Sie ist es noch. Wenn unbefugte Leute landeten, haben wir Bescheid gewusst, konnten aber nichts tun. So, herstellen. Sie haben wohl keine Angst vor Hausbesetzern. Hatten Sie Angst vor Industrie-Spionen? Nein, Spione gibt es immer mal wieder. Verraten Sie es unseren Aktionären nicht. Aber je breiter unsere technologischen Entdeckungen verteilt sind, desto besser. Nach der Bombe war ich wegen der Sicherheit meiner Belegschaft besorgt. Ich hatte nur nicht erwartet, dass die Antibiotika tödlicher als die Krankheit sein würden. Sentinel schmuggelte eine Privatarmee in die verlassenen US-Militärkomplexe. Stone hatte die Übernahme von Anfang an geplant. Meine Kollegin Ayana Puri, sie hatte direkt mit denen zu tun. Sie weiß da besser Bescheid. Endlich, jetzt habe ich es geschafft. Eins würde ich aber noch auswählen. Walker ist tot. Walker ist tot. Was sagt er dann? Weiß ich nicht. Wenn Walker tot ist, warum verstecken wir uns noch in einer Höhle? Er war nur mittleres Management. Stone läuft noch frei herum und arbeitet mit Miles. Und wer weiß, wem sonst noch zusammen. Sitter, der läuft noch. Es ist noch lange nicht vorbei. Ach, Marwins Job da war. Ich, ähm... Sie waren Freunde, oder? Ich bin... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Er war nicht wirklich... Ich weiß, was Sie meinen. Wir könnten den ganzen Tag damit verbringen, seine Sünden aufzuzählen und wären immer noch nicht fertig. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung sei ferne von euch, samt aller Bosheit. Sowas können Sie auswendig? Es ist schwer, reich zu werden, wenn man versucht, immer gerecht zu sein. Ich musste vielen vergeben und selbst um Vergebung bitten. Ja, er sagt, dass es noch viel zu tun gibt. Darauf können Sie sich verlassen. Und, äh, ja, dass wenn Walker tot ist und wir ihn getötet haben, wir uns ja eigentlich nicht mehr verstecken müssen. Und dann hat unser Kandidat gesagt, ja, Walker war nur Mittelmanagement. Und, äh, ja, jetzt gibt es noch zwei andere, wie die kooperieren miteinander und dann warst du's. Dann lass mal rausgehen. Ja, ich folge dir. Beziehungsweise nicht rausgehen, lass mal eine Schnellreise machen. Lass mich raten, in der Höhle kann man die nicht machen. Doch. Echt? Okay. Ja. Wo geht's hin? Links unten. Links unten? Also weiter, weiter links unten. Ah, ja, ich seh's. Ich seh auch dich. Hier, was? Oh, wieder Schneegebiet. Ähm, 600 Meter entfernt. Oh, fickt euch doch. Ach, hier sind wir eben durchgeflogen. Das ist dieser Bogen. Okay. Ich lauf schon mal Richtung die 600 Meter. Hä? Hä, wieso zeigst du mir das jetzt 6 Kilometer an? 600 Meter. 6 Kilometer. 6,3 km. Kilometer. Und ich hab hier 536. Also du gehst links, ich geh rechts hin. Wo müssen wir hin? Ich zeig mir den falschen Punkt an auf der Karte. Dann müssen wir, also ich hab zwei Punkte hier. Zu dem, wo ich jetzt lauf, der liegt am nähersten. Also wird das der sein, wo... Ja, da geh ich auch hin. Wahrscheinlich müssen wir an beide hin, aber der liegt halt näher. Genau. Ich hänge fest. Jetzt. Wir haben... Das sind auf jeden Fall beides Sachen. Ich hab jetzt mal beide angeheftet. Das war noch eine andere Aufgabe. Gut zu wissen. Ich dachte, das wäre der Punkt gewesen. Oh, die sind schon tot. Wer ist schon tot? Ja, da waren zwei im Sand. Im Sand? Äh, Heiland, zack, warum... Warum sagst du so Schneesand? Mann. Ja, zwei Dingsbums. Gefangenen. Achso, du redest mit jemandem. Ja, Zivilisten. Wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte die nur freilassen. Da müssen wir hin. Ja, ich bin direkt hinter dir. Aber es ist hier auch echt ein bisschen schwieriger, Marco. Ja, das kann ganz gut sein. Was machst du? Ich hab mir das Motorrad genommen. Ja, mach das. Oh, das ist ein bisschen schwer zu bändigen. War schon mal vor, da ist auch ein Helikopter. Ja, stimmt, das ist dieses Ding. Was so richtig abging. So, jetzt aber. Okay, komm. Und abspringen. Oh. Ich spring ab. Ich kaufe einen Kebab. Alles schwarz und grau. Ich bin nicht geblieben. Oh, das sind ja ziemlich viele Leute unterwegs. Tatsächlich, ja. Hier ist auch blaue Kleidung anscheinend. Oh, das ist ja ein Wasserwerk oder so was ähnliches. Pumpstation. Oh, bumm hat's gemacht. Ja, das kann auch sein. Ja, ja. Hä? Nach hinten. Eine wasserwerkliche Pumpstation. Scheiße. Ach, das ist ein Waffentransport. Ich bin gleich bei dir. Ja, ja. Wollen wir mal, vielleicht kann ich auch die Drohne benutzen. Genau, versuch mal die Drohne. Ich bin direkt am Helikopter. Ja, ich nehme die Drohne. Oh, da ist sie gemeint. Ich hoffe, dass der mich nicht sieht. So ein bisschen runter. Sollte reichen. Frontal. Und. Hallo. Ging nicht. Da kommt so. Scheißdreck. Kommst du? Ja, mehr oder weniger. Scheiß Mörser. Okay. Danke. Und schnell weg hier. Jetzt bewegt dich weg, Typ. Scheiße. Hol doch das Heilmittel. Was ist doch jetzt. Oh, kann der da machen? Wir müssen uns hier irgendwie Deckung suchen. Ja, ich bin auf dem Weg. Am besten hinter der Landeplattform. Hm, da bin ich. Bin ich auch. Bzw. nebendran. Ja, die Granate hast du mal bei dir fallen lassen. Weiter geht's. Also das mit den Rucklern ist besser geworden. Allerdings. Also weniger geworden. Aber nicht viel. Nur minimal. Okay. Wo war denn die Kiste? Ach, doch wo du rumgeierst. Hm, ja genau. Außerhalb. Ist der Geier oder weiß das nicht? Erzähl dir ein Gedicht. Ich fang wieder an zu singen. Deswegen musst du mit mir schwingen. Was? Das klingt falsch. Warum? Oh. Was ist denn hier? Ach, da ist ein böser Makro. Ein böser Makro. Akro Makro. Wo ist denn der eine Typ? Müssen wir hier irgendwie wieder runter oder so? Wir müssen eigentlich mit dem hier sprechen, aber wir können nicht. Ah, jetzt. So, hier. Halt. Keine Angst. Ich will nur reden. Was wollen Sie? Ich suche nach Silverback. Sie werden Silverback nicht finden. Die sehr nah an den dran. Er kommt regelmäßig her und nimmt Leute mit, die nicht hart genug arbeiten. Wenig später gibt's da nur noch Fotos von ihren Leichen. Danke. Das weiß ich zu schätzen. So, Foto von... Ah, ja. Foto von und zu. Müllers Kuh. Müllers Esel. Das bist du. Ich hab doch nachgeschlagen. Ah, jetzt. Warum macht der denn das falsch auf? So. SSG 12. Eine Schrotfliehne. Nee. Okay. Jetzt mieten wir hier wieder raus, oder was? So hoch, oder? Oh, da oben ist noch was los. Ist immer noch was los. Toll, jetzt ist gerade der Helikopter kaputt gegangen. Ui. Scheiß Timing. Ja. Und irgendwo unter uns ist hier noch rot. Diese Kisse wurde falsch rum platziert. Irgendwann mal runter. Und wenn ich jetzt kille, dann... Äh, wenn ich jetzt kille. Wenn ich jetzt gekillt werde. Wäre ich gerastet aus. Oder auch eingerastet. Gerasterlockt. Mit dicken Rasterlocken. Ah, ja. Hier ist nix. Gut, verpissen wir uns. Drei Kilometer. Schnellreise. Schnellreise. Im Kopf können wir eine Schlechtereise gemacht werden. Da können wir eh nicht hin. Schnellreisen. Äh, das Biwak... Ja, erstens können wir auch nicht. Und zweitens ist das Biwak auch relativ weit weg. Ja, da können wir nur... Ach, da vorne ist ein Auto. Lasst uns das Auto nehmen. Ich glaube, die Gegner sind die Gegner. Und runter. Ah, da unten ist noch was los. So, hier ist das Auto. Oh, Mörser, Granate? Was ist das? Äh, Schütze. Mit freiem Dach. Hölle, der hat was Blaues liegen lassen. Egal. Ja, die ist egal, du. Wurde ich sagen, dann machen wir nochmal einen Cut. Jetzt? Jo. Machen wir, wenn wir da sind. Oder so. Alter Schwede, Junge. Was? Was denn? Du jagst mir Angst ein. Weißt du das? So fahre ich immer. Auch in echt. Oh. Das wäre crazy shit. Boom. Wenn das mal bis zum Schluss gut geht. Auf jeden Fall. Okay. Das läuft. Hör mal weg, Ramm. Das wäre es jetzt, wenn hier jetzt stehen würde, Mission fehlgeschlagen, Zivilisten kaputt. Kaputt, vor allem. Waren auch alles KIs. Hey, die ringen mich auf. Hey, die ringen mich auf. Die Weiber. Yes. So. Wir sind off-road hier. Ein bisschen Rallye fahren. Ein Kilometer noch. Ein Kilometer bis zum Ziel. Oh, das ist eine geile Rampe. Die nehme ich jetzt. Hoffentlich geht das gut. Da ist eine Rampe. Die machen wir zur... Lassen wir das. Arschkrampe. Arschkrampe. Ja. Jiiiihah. Annegret Kramp... Äh, Arschkramfbauer. Was? Anzeige ist raus. Auf jeden Fall. Den Rest laufen wir. Uff, Basse. Nee, nee. Oder doch. Auf jeden Fall. Raus hier. Muss ich kurz heilen. Auf dem Hügel hier. Ja, der braucht sowieso noch ein bisschen. Marco. Dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.